Ich möchte ein Konto eröffnen. Ich möchte die Kontoauszüge abholen. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. Wie hoch sind die Gebühren? Wo muss ich unterschreiben? Wo muss ich unterschreiben? Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland. Hier ist meine Kontonummer. Hier ist meine Kontonummer. Ist das Geld angekommen? Ich möchte dieses Geld wechseln. Ich brauche US-Dollar. Ich brauche US-Dollar. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. Bitte geben Sie mir kleine Scheine. Bitte geben Sie mir kleine Scheine. Gibt es hier einen Geldautomat? Wie viel Geld kann man abheben? Wie viel Geld kann man abheben? Welche Kreditkarten? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Wie viel Geld? 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 Wenn die Kreditkarten kann man benutzen. Wie viel Geld? Im Kreditkarten kann man benutzen. Untertitelung des ZDF, 2020